Es ist einfach ganz wichtig, dass man seine Arbeit mit Leidenschaft macht und gerne macht. Und das merken die Kunden. Da kann man gute Basis aufbauen. Ich habe immer schon gerne an Sachen umeinander geschreift, auch privat bastelt. Es ist halt einfach in mir drinnen. Es ist von klar auf schon so gewesen. Durchhaltevermögen ist ganz, ganz wichtig. So wie im Training natürlich auch auf der Arbeit. Es gibt mal bessere Tage, natürlich auch mal schlechtere. Wichtig ist, dass man durchhaltet und das Beste daraus macht. Also ich finde es schön, dass ich das, was mir privat Spaß macht, auch beruflich machen kann. Man muss sich mit den Geräten identifizieren können. Egal in welchem Bereich das man jetzt verkaufen ist. Aber mit den Produkten muss man sich identifizieren können. Ich kann das sehr gut. Und ich glaube, wenn man mit Freude und Spaß in die Arbeit geht, dann macht man einen super Job. Und der Kunde hat einen guten Partner an seiner Seite. Auf den kann man sich verlassen. Wir sind Jungheinrich. Und gemeinsam verändern wir die Zukunft der Intralogistik. Im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen. Im Kleinen.